dann braucht man jetzt das obsidian brauche ich noch. oh gott das schmeiße ich jetzt weg. das braucht man nicht. da habe ich das buchen da. hammer und wir haben zaubertisch Willkommen zu diesem neuen video mit dem lazer star und ich würde sagen erst mal tut der lazer mod der lazer star wenn der lazer mod angeht gewinnen wir baro auf den server weil ich ja die letzte folge ein bisschen hunger gelitten habe und der erst mal auf meine höhe ungefähr kommen sollte bisschen wir dürfen aber nicht zu lang warten ich gehe jetzt schon mal drauf wir dürfen nicht zu lang warten bis du nachkommst ich bin jetzt auch nicht warm spielen sollen aber es ist jetzt egal also ich bin jetzt drauf ich bin jetzt drauf da geht es nach oben ach nee ich kann ja noch nichts abbauen soll ich jetzt schon oder nicht drei ne noch nicht was muss ich muss mich noch hoch bauen muss mich noch hoch bauen ist das eigentlich erlaubt weil ich schon ja ich bin oben kannst schon kannst du schon freimachen im inventar ja kann essen gut ich weiß jetzt nicht wie viel kannst du schon essen ich habe noch ungebraten ist da verhungerst du schon ich kann nicht essen doch jetzt jetzt oder ich behalte es trotzdem mal bei mir wir gehen in die mine ich würde ja ich würde sagen wir gehen jetzt da runter und fahren noch ein bisschen noch mal die erst zu finden ja ich glaube ja muss noch ein stück runter bin da bei dir ich habe nirgends dass ich gleich einfach runterfall kann ich weiter oder da unten sind öfen oder ein ofen zumindest das ist wollen wir suchen jetzt hier nach dir aus oder oh gott der hier noch nie hallo mister zombie runter mit dir ich nehme jetzt die dia spitzhacke weil die brauchen wir sowieso nicht mehr hier war definitiv schon jemand antworten ich habe schon heu geschrieben eben hier war definitiv ja ähm wir brauchen noch ein bisschen wir brauchen noch ein bisschen eisen für den ambos und dann würde ich mal sagen mach mal ein ambos wir brauchen noch zwei deers dann können wir noch verzaubern da ist noch ähm ihr seid auf folge 6 woher weiß er das haben wir ja gerade geschrieben so das kohle noch über warte mal lass gleich mal ein bisschen das fleisch noch braten wo wir noch haben und hier ist auf jeden fall von dir bringt jemand die base lass gleich mal eis und wir tun gleich mal eis und kohle äh eis und kohle sag ich schon eis und fleisch tue ich gleich mal braten ich hab warm gefunden wenn sich jemand einloggt muss man aber vorsichtig sein wollen wir mal da reingucken lauf hier mal die schlucht entlang suche ähm ja ja schau mal nach immer macht mir Angst nach wieso boah ich hab den seine bar bau folgen gar nicht geschaut ich wüsste gar nicht wie die ausgerüstet sind einer der wenigen wo ich die folgen nicht kenne also tut mir leid aber wenn du das hier grad siehst aber ich hab von vielen die folgen geschaut ausgerüstet okay das kann sein da will ich aber lachen ich würde ja mal gern reingucken in die strip mining farm guck noch unter der könnte da hinten noch sein und der ist alleine wollen wir wollen wir mal nachschauen warte moment ich komme wo bist du oh mist ich bin ja die ganze zeit gesprintet ähm ich bin da vorne wo die öfen waren ja wartest du kurz da ja warte ich mach mich kurz kampfbereich Dias okay Dias nice was denn das eigentlich dauernd für gewitter wo ich da hör ähm kommst du ähm soll ich die zwölf eisen da noch braten lassen nee jetzt komm mit würd ich sagen weil oh Gott ich muss irgendwas da lassen das bleibt da okay also kommst du mit achso du oh essen könnt warte mal ich will noch kurz was essen jo ok wenn du noch essen brauchst ich hab noch wenig sneak mal wir sprinten das geht ganz immer schneller dort jo also namen sehe ich keinen namen sehe ich auch noch nicht aber hier gehts nach oben beziehungsweise keine Ahnung geht ich hoffe wir verlieren dadurch jetzt nicht zu viel zeit weil hier vor Vorsicht spinne spinne hast du ja ja ich hab ich hab die level einfach mal an kostet was ich da war guck mal hier lang die löscht jetzt nicht vielleicht sind hier ja noch irgendwo Dias oh oh ich fall gleich in die lava xys schon ja ja aber fragezeichen was hat er dann gefragt warum setzt der in Frage hä wo ist er wischt die Quelle nicht die Zaunzen was da unten ist die naja hier drüben gehts weiter upsig ach wer drinnen auch vor sich ich fahre oh gott wieso was ist da was hier gehts weiter Ich bin hier durch. Wieso Leute? Was hast du denn geschrieben? Nicht. Achso, wegen den Dias. Was ist denn? Komm, bist du? Geht's hier nicht weiter? Ich bin hier hoch. Nee, das ist Sackgasse. Oh, echt. Ich bin da jetzt mal hoch. Wir haben jetzt da noch eine. Wir können da noch eine Folge aufnehmen. Und dann haben wir nachher den Kampf. Gegen wen verraten wir jetzt mal noch nicht? Nee, weil es dauert bei euch noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. Wollen wir jetzt da hoch und da wollen wir lieber unten bleiben und Dias suchen. Ich glaube, Dias wäre fast schlauer. Ja, ich... Es wäre noch... Es wäre wenigstens noch verzaubern können, bevor wir kämpfen. Ja. Ne, mach hier noch... Hab gerade eure Namecheck gesehen, Vorsicht! Oh, fuck. ETF. Der ist da unten. Wer hat er hergekommen? Ich hab so... Nein, es ist halt zu zweit. Wir könnten ihm ja anbieten, eins versus eins, aber... Nee, das wäre dumm halt. Es könnte aber sein, dass er jetzt nur sagt, dass er unseren Namen gesehen hat. Unter der Erde. Ach so, er ist unter der Erde. Ich dachte, er hat uns unter der Erde gesehen. Wo ging's jetzt wieder raus? Hier, ne? Ja. Keine Ahnung. Hier unten war auch noch ein Gang. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der da oben war. Hier. Ach, hier geht's noch weiter. Oh, da hinten war noch ein Gang nach unten. Warte, ich guck mal hier. Oh, Mist. Oh Gott, das sind tausend Skelette. Geht auch nicht hin, das sind vier Skelette. Oh ja. Ja, ups. Ja gut, wir gehen jetzt einfach, würde ich sagen. Warte mal, da unten war noch ein Gang. Hier unten war noch ein Gang. Lauf mal hier gerade hinter. Komm mal mit. Vorsicht, Skelettkraft, Micha. Wo? Hier. Oh, Mist. Ja, ist wahr. Los, komm mit. Hier. Okay, warte mal da rein. Ich baue mal hier an der Seite, mich will. Ja, runter bauen. Kann man machen. Oh Gott, das ist so viel verzauberte Skelette. Oh, Mist, Mist. Los, komm reinkommen. Oder hast du es? Oh, Mist, komm reinkommen. Wir brauchen zwei Dias, wir müssen hier nach Dias suchen. Wobei es eigentlich dumm ist, hier zu suchen, weil hier, wie es aussieht, schon jemand war. Oh Gott, hier ist er hoch. Wetten. Oh, Mist. Ich glaube, dass er hier hoch ist. Da fällt sich jemand. Ja, locker. Ja, egal. Wir gehen jetzt, wir suchen jetzt, äh, Dias fertig. Welche Dias, äh? Montag, oder? Müsste kommen. Auch manche würde er jetzt am liebsten gegen den Fall, den ich finden würde. Okay, egal, äh, lass mal weiter suchen. Oh Gott, da ist noch ein Creeper, bin ich gerade erschrocken. Achtung, der explodiert gleich. Lass hier irgendwie immer lieber explodieren. Äh, wo lang? F- Vorsicht, hier. Oh Mist. Lass dich irgendwie gerade die ganze Zeit kämpfen. Ähm. Ja, lass mal hier lang gehen. Ja, warte mal, Eisen noch mitnehmen. Wir müssen mal irgendwo Öfen aufbauen, dass wir mal das Eisen schmelzen können für den Amboss. Oder haben wir schon genug? Ähm, 33 reicht für den Amboss, oder? Hm. Ich geh jetzt erst mal Stripmine. Da hinten ist nix mehr. Das ist das, wo wir schon waren. Ich mach jetzt hier unten Stripmining. Ich guck mal kurz nach, welche Höhe das ist hier unten. Höhe 12, das passt. Ein Block noch runter, aber. Da hier auf der Höhe von dem. Boah, du läufst immer rein, wenn ich baue. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Ich baue mal hier in die Richtung. Ja, ich baue mal hier in die Richtung. Und ich baue mal hier hinter uns zu, falls der kommt. Wobei, den müssen wir easy wegbekommen. Schreib den mal. Achso, hast du schon geschrieben. Mittwoch. Mittwoch kommt so eine. Oh Mist, da ist auch noch Lava. Hier könnten auch irgendwo Diaz sein. Wir wollten nur zwei Diaz. Wer die Diaz findet, was machen wir? Der, wo die Diaz findet. Wollen wir irgendwie Wette machen? Ähm, wollen wir... Da, bei mir ist nix mehr. Ich baue hier mal wieder zu. Ähm, das ist ja nicht schlimm, wenn ich die Diaz spitzacke... Ups. Da ist noch Eisen. Okay, wir warten in der Nähe, aber ist ja egal. Naja, wenn er sie zweimal kurz gesehen hat, wird er uns wahrscheinlich jetzt gerade nicht sehen. Dann hätte man noch einen Kill in dem Projekt. Ich nicht. Hab Diaz. Hab Diaz. Echt jetzt? Hab Diaz. Hast du noch eins? Ja, eins, zwei, zwei, drei. Drei sind's. Okay, dann lass mal hier, mach mal Crafting Table. Willst du einen Zaubertisch craften, oder soll ich? Äh, ich mach... Ne, mach du, warte. Ja, gut, ich hab alles außer die Diaz. Also mach. Ähm, warte, ich mach gerade den Amboss. Amboss hab ich. Dann brauch mal jetzt das Obsidian. Brauch ich noch. Oh Gott, was schmeiß ich denn jetzt weg? Das brauch man nicht. Hä, wo hab ich das Buch hin da? Hammer. Und wir haben einen Zaubertisch. Willst du den direkt hier stehen lassen? Ja, wir können doch wieder abbauen. Ach nee, ich hab ja noch Öfen. Muss ich ja gar nicht machen. Ähm, dann tue ich gerade noch Eisenschmelzen. Weil... Ja, red du erst. Mein Lapis, äh, hab ich keinen Lapis gehabt? Oder hast du das auch schon? Normal schon. Ja, ich hab mir einen Lapis, selbst wenn, wär's egal. Ja, gut, weil du hast, glaub ich, meins. Könntest du mir ein bisschen Lapis geben, dann könnte ich schon mal ein bisschen verzaubern. Ähm, warte, ich will kurz die Öfen noch befüllen, oder ne, gibst du gleich. Da kriegst du einen halben Stack. Gibst du mir gleich einfach. Ähm, ich hab's da irgendwo hingeschmissen, grad. Ihr müsst... Kohle. Was schmerzt man noch? Das ist... Hab ich... Ich hab jetzt Scharpenes drauf. Okay. Nein, ich kann meinen Lapis nicht mehr einsammeln. Oh Gott, oh Gott. Hab ich jetzt wieder hier. Scharpenes eins. Ich tu noch meine Rüstung. Ja, hab ich auch. Ich tu noch meine Rüstung verzaubern. Hä, haben wir nur ein Buch gemacht? Äh, keine Ahnung. Die Bücher hattest du. Weil ich hab keine Bücher mehr, oder haben wir die irgendwo gelassen? Naja, ist ja egal. Du hattest nur die Bücher. Du hattest nur die Bücher. Ja, ich weiß nicht, kommt nur ein Buch raus, oder haben wir... Oh Gott, nur noch eine Minute. Ähm, wollen wir gleich noch die nächste Folge am Schluss nehmen? Äh, aufnehmen? Äh, ja, aber... Äh... Ja, klar. Warte mal, ich mach mal kurz ne Kiste. Den müssen wir ja nicht zur Team-Dings da machen. Ich tu mich mal einbauen. Oder wobei... Wir sollten vielleicht den... Ach, ich flieg ja... Den Zaubertisch abbauen. Bau den Zaubertisch ab! Ja, warte. Den Deck kommen... Ach, Mist. Ich tu hier kurz mal ganz koppeln. Nein, die Steine, die brauchen wir eh nicht. Weil dann hab ich ein bisschen mehr Platz. Ähm, ich flieg gleich. Ja, hast du den Tisch abgebaut? Ja, ne? Ja, den hab ich im Inventar, ähm... Kommst du hier mit hinter? Ja. Halt den Amboss, den Amboss vielleicht noch. So. Ähm, ja. Ach, jetzt hab ich kein... Doch, ich hab... Ne, ich hab keine Blöcke mehr. Mach mal zu. Ich hab uns eingebaut. Ähm, gehen wir gleich nochmal drauf und machen die nächste Folge, oder? Ja, natürlich. Ähm, wie lange bist du jetzt noch drauf? Weil ich bin... Ich bin noch ne halbe Sekunde drauf. Ja, gut, dann kann ich ja schon mehr Abmoderation machen. Wir hoffen euch... Der ist nur noch allein. Hä, bist du schon geflogen? Ist nur noch einer auf dem Server. Naja, egal. Wir hoffen, euch hat die Baro-Folge gefallen. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. In Form von einem Like, Kommentar oder sonstigen. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, inklusive Baro-Folgen, könnt ihr jetzt gern bei uns rein abonnieren. Und wir sehen uns dann in unseren nächsten Videos wieder. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.